Stellt sie sich vor, sie möchten Wanderungen auf einen Pilatus hoch und plötzlich sehen sie in einem Felsen eine Abbeutung eines Fisches. Aber wie kommt jetzt der Tintenfisch auf einen Pilatus hoch? Ich bin der Physikus Ordinarius. Johann Jakob Schuechzer, mein Name, Stadtarzt von Zürich. Richtig, ich bin Wissenschaftler. Oh, dieser seltsame Doktor Lahn. Stadtarzt von der Stadt Luzern. Vor einer Woche habe ich nämlich in einer Verschievergrube eines Versteinerens kennengefunden. Und ich bin mir fast sicher, es muss ein Ägypter sein. Und als Wissenschaftler basieren meine Berechnungen nicht auf Vermutungen, sondern auf Naturgesetzen. Mit Dr. Meade habe ich misstuelliert. Vielleicht ist ja Gott einfach der Uhrmacher, wo die Welt erschaffen hat, die Dauer aufgezogen hat und jetzt lässt laufen lassen. und jetzt Und jetzt Und jetzt Vielen Dank.